Also, wie vorhin, Rekrute. Ich kann gar nichts anderes spielen. Cool, nicht. Hey, tell. Ich glaube, danach werde ich noch ein bisschen Rainbow. Es ist nicht schlecht, also um Gottes Willen. Oh, das ist zu hell. Na toll. Ja, ein wilden Westel. Ja, genau. Ja, genau. Ich kletter mal hier auf das Haus. Ich krieg hier Besuch. Auf den Turm ist einer hoch. Auf welchen Turm? Hier? Über mir. Feindliche Drohne in der Luft. Scheiße, wir haben Verluste. Terror. Da hinten ist er. Was ist denn, Max? Drecks, den leer. Das ist von da auf, gell? Ah, da hinten schießt er. Links. Terror. Position ist markiert. Da oben steht er. Ich stehe hier unter schweren Feuer. Ich bin getroffen. Ja, ohne Schaf. Ja, ohne Schaf. Da hat er ja keine Kenntnis. Tango eliminiert. Da steht leicht links daneben. Aufpassen. Ha? Irgendwo hier war einer noch. Ich wurde gesichtet. Du bist markiert hier. Feind hat Sichtkontakt verloren. Ich weiß nicht, von rechts kommt einer von rechts. Von rechts kommt einer von rechts. Von rechts kommt einer von rechts. Wo denn? Bei mir. Ja, du darfst die Treppe kommen. Ich bin bei dir drauf. Du bist der Letzte. Warte. Granate von vorne. Ah, der ist meiner Seite vom Balkonis. Deißer. Nur noch ein Gegner. Erwägt sich. Wir holen, wir holen einen Elixir aus oben. Hol doch einen Elixir aus oben. Macht's gut, gute Nacht. Gute Nacht, zack, zack, zack. Beschuss. Geh zu mir, geh zu mir. Geh zu mir, geh zu mir. Komm, hol mich, komm, komm. Da ist eine Granate. Ich weiß, dass sowas kommt. Die ganze Zeit schon auf mich gemäht. Ja, die Granate mal zwei nöt. Ich weiß nicht, ich brauche wieder Scharfschützengewehr. Ja, das habe ich verpeilt. Der andere leidet zum Turm hoch und hätte gehofft, dass der den anderen von der Treppe holt. Den wurden die gebraucht oben. Der Detail war ja leer. Nein. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, jetzt kannst du vergessen, wenn der Terror dabei ist. Aua! Fischweine haben Kenny getötet. Schön aus, oder? Wieso zwei? Irgendwann, muss man doch fünf machen. Du taugst jetzt schon wieder viel weniger, gell? Kann das sein? Bitte? Du taugst jetzt schon wieder viel weniger. Das Beste ist, wenn du fünf Leute hättest, vier gegen vier oder fünf gegen fünf. Ich finde das hier so ein bisschen zu geradlinig, da gefällt mir das mit dem Wald besser. Das ist ja der totale Schlauch, das hier. Boah, wen hab ich da mit dem Turm erwischt? Halt die Fresse. Boah, das war sauknapp. Mhm. Boah. Es ist schöner mit Nebel oder Regen, dass ein bisschen schlecht zu sehen ist hinten. So ist ja wirklich Schlauch und davon aus dieser holen Gasse müssen sie kommen. Das sind Sparta. Das sind Sparta. ... ... ... ... Ich renne jetzt mal nicht Richtung Turm. Doch, jetzt mit Fleiß. Das wäre schön, wenn wir auf der Sail hochkommen würden. Siehst du es bleiben in Deckung? Ja. Ich zieh auf die Treppe. Jetzt kommt er. Er ist schon oben. Angefragt ist er. Versuchen abzulenken, dass er vorne guckt. Ist alles noch frei. Jetzt müsst ihr gleich rechts hocken, wenn du hochschaust. Der Ecker ist er. Hier in der Ecke. Bleibst du oben in Deckung und ich sag dir, wenn von unten einer kommt. Ich sage was. Ich sage es hier. so ja der läuft hier hinter uns rum Der war hinter mir Da hinten, ich sehe irgendwo alles Mal die Richtung zu markieren Ja genau, da, gelb Ach Da hinten beim Felzen rum Nee, zu weit weg Markiert Schießt Stefan, bleib schön unten Oh Sehen Sie es Stefan Da ist er, ich sehe Auf die Tür auftu, dass da keiner hoch kommt Ich muss die Richtung markieren Dann weiß der Sven ungefähr wo der ist Der rennt bei meiner Leiche rum Na zumindest Der andere ist ja irgendwo hier drüben noch Er ist da drüben ja Ich bin hier Sven Ich hätte hier was gesehen Uiuiui Guck lieber nicht Uiuiui Bei dem Haus wo der Zuni vorher war Ja die haben sie auf mich eingeschossen, das ist gar nicht schlecht Ja Ja Sehe ich auch so Das hinter dem Felsen Wo ich liege, rechts hinter dem Felsen ist er Sven Kannst du ein bisschen nach vorne stellen fahren Wie nach vorne Rechts an der Wand nach vorne ein Stück Rechts an der Wand ein Stück nach vorne, aber nicht aus der Deckung So So Noch weiter Ein Stück vor noch Dann kann ich den Sven der Markierung noch ein Stück Und zwar da Sven, gut Auf der Position war der Terror Ich weiß wo der war Ich habe gerade auf ihn geschossen Der Lunt ist immer Bei mir ist irgendwas Ja Charlie Er ist unter dir der Hund Charlie ist unter Er legst dich aus Ich bin weg Auch das hat Sven erwischt 36 Meter war er von mir weg So, da schießen sie sich von unten tot Ich will auf die andere Seite Ja ist er doch Sehr schön So Wo war er? Ich glaube dass er auch auf der Treppe war, weil er sich gesichtet hat Ne Das geht noch nicht So Drück er mal C Da ist er Aber nochmal Die falsche Waffe Gleich nachsetzen, der ist schon fast down Baller Baller Drohne Da unten leg dich hin Ich markiere ihn so oder so Ich markiere ihn, wenn er da unten rumläuft Von der anderen Seite, der holt dich da weg Das Geländer schießen ist besser Das Geländer schießen ist besser Drück C Und leg dich hinter zum Geländer Da ist er da unten, der zielt auf dich Unten rechts Da neben Pfeil unten rechts ist er Okay Spiel lieber nicht zu viel rum Geil Da schießt er in das scheiß Metall rein Wenn du so zielst Grenade Okay Schönen Distanz Jetzt versucht er hoch zu kommen Unten rechts ist er jetzt Da ist er Ja Unten rechts ist er Ne, geh von der anderen Seite, der schießt dich weg da Auf der Seite schießt dich weg, geh auf die andere Seite Stefan, da musst du hin Da hinsetzen Ich muss ihn jetzt weg holen So Genau Jetzt bleibst du schön in der Ecke sitzen da Und der kommt jetzt hoch Achtung Der kommt jetzt hoch gleich Genau Stehen Fah Aaaaah Uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Gucken wie hat er dich erwischt Nein Nein Zeit ist es raus Ich wollte grau auf ihm Ziel Ich habe ihn grau auf dem Kopf gehabt und Zeit war aus Aaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Laufen Na, hilft nichts. Den hatte ich ja schon fertig gemacht, oben, da vorhin. Jetzt hat das Dussel, ich hatte dich gerade im Kopf ein bisschen, dann mach die Zeit aus. Ich denke gerade, hä, wie hat der dich jetzt erwischt? Ja, den Käse. Ich hab mich nicht eingeschossen. Der hatte dich ja vorhin schon ordentlich getroffen, wo er von unten geballert hat, ne? Die nennen mich alle Erbse auf der Bohne. Prinzessin auf der Erbse. Ja, weil ich da oben auf dem Türmchen war. Ein Korn im Dornfelder. User left your channel, over. Das Spiel lebt ihr die Map jedes Mal neu? Jede Runde oder wie? Ne, wir haben lange Zeit eingestellt. Ich geh jetzt mal viel weiter rechts, da war noch keiner. Wo zur Hölle wollen sie hin? Zurück zum Team. Verschissen ist vorne wieder mal. Einer läuft hoch. Da ist er. Gibt nur den Kopf. Da ist er. Da ist er. Terror wissen wir nicht, Elixios. Der wirft wieder Handgranaten. Aua, wo ist Terror? Hinter mir, oder? Ich glaube ja, da ist der Terror. Achtung, der Handgranaten, da ist er, da ist er. Rechts am Haus. Am Haus steht er. Ah, genau. Oh, ein mieser Verbrecher. Hat er gelungen. Pinguin ist dahinten im Eck. Ich werde aber jetzt nicht schießen. Nein, 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 nein. Pass schon, pass schon. Schaut immer raus. Hier schaut er manchmal. Ich weiß nicht, wo du bist. Jetzt kommt die Drohne. Vorsicht, bleib liegen. Weg. Krone weg. Oh, hat hier geschaut vorhin. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die Krone in den Boden näher lassen, dass sie sie nicht gleich sehen, dass sie wissen, wo du bist. Ah, da ist einer durchgelaufen, gerade hinten. Ich kann gerade laufen sehen. Ich weiß nicht, wo du bist. User, lift your channel. Over. Nein. Wimbo. Was denn? Okay. Nein. User, join your channel. Over. Ohne, Achtung. Ohne, die wissen nicht, wo du bist. Echt geil. Ne, die wissen nicht, wo du bist. Hm. Der Charlie lebt wieder, also der Terror war da unten. Mhm. Ja, klar, der hat mich weggenommen. Sondern dann. Der läuft auf dem Felsen unten. Da. Da. Jetzt hast du ein Visier. Der liegt doch da. Schau mal, wo der Fall ist. Da liegt doch. Ja, 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 ja. Ich hab... Da läuft doch oben. Da läuft doch oben. Ja. Ich hebe aber jetzt erstmal einen von euch auf, weil wenn ich mich jetzt aufdecke, dann sind wir gefickt. Dieser Pinguin hockt da unten. Daraus ist immer noch hinterm Haus. Dieser Verbrecher. Denke ich auch. Bei den Dingen damals Flashpoint, das Spiel. Echt Schlimmes. Oh, du der Retter. Das ist aber lieb. Den Stefan zu kriegen, ha? Ja, das ist... Ah, wo warst du so lange? Die entdeckungstunde, der Hedde? Ja. So. Verschissene Drohne. Aua. Da ist er, Clara. Da ist er. Direkter, recht in ihrem Haus. Diefen, ich kann nichts machen. Da kommt ein verschillter Name auch noch, vermisse Der Pinguin schaut gerade runter Ja, Pinguin schaut auch gerade runter Deckung bleiben, KK Ich schau ob er von rechts kommt Kann die Drohne, aufpassen Drohne hinter dir Oder? Nee Nee, vor dir Er schaut, er schaut Du hast was schade Nicht gereicht Nicht gereicht Wenn zwei drauf sind, kannst du vergessen Ein bisschen zu chaotisch Naden rumwerfen Hier haben wir da zu viel Zeit lassen, die aufzuheben Wenn einer merkt, dass einer aufgehoben wird, müssen wir uns das sagen Im Moment könntest du halt beide wegputzen, wenn es gut läuft Ja, also es muss wirklich einer dann decken, wenn noch zwei leben von uns Und einer von denen tot ist, muss der eine den anderen decken Dass der nicht aufkommen werden kann Ja Du wärst wie ein Geist Leck mich, wir hatten keine Ahnung wo du bist Nachricht von Sam Ja Das ist Sven Nachricht von Sven So, Nachricht von Sven Ja Du bist die Nachricht von Polizisten Jetzt geht's zu ihnen Jagen wir die Feinde in der Gegend und treten sie aus Alter, ich hab jetzt die Posi auf dem Turm. Ich hab ziemlich viele Steine, ich hab ziemlich viel Visier und hab auch sehr viel Schatten. Ich sitz hier hinterm Stein und guck mal ob einer Richtung Turm kommt. Rührt sich nichts. Das ist eine feindliche Drohne in der Luft. Schön verstecken. Achtung beim Feind tut sich was. Irgendeiner ballert in meine Richtung. Oh Drohne in der Luft. Brust Nachricht von Sern. Ach hier hinten ist der Salzsee. Ja, richtig schön. Feinddrohne über uns. He, die Drohne ist eigentlich sinnlos, wenn da alle sich verstecken. Schöne Büsche stellen, man weiß ja nie wo sie sind. Noch kein Kontakt Stefan, ich bin ja schon hier. Ne ne ne, ich schau auf dem Turm rausläuft. Ich bin neben dem Turm des Hauses. Ich bin neben dem Bus stehst, da sehen die gar nichts. Es soll echt sein. Setze Drohne ein. Komm mach mal. Oh Scheiße. Ich seh nichts. Götz. Geballert? Jaja, von uns und von die Häuser. Auf jeden Fall nah. Ich habe eine Sichtung gehabt. Übernehme ich. Feindliche Drohne in der Luft. Ich kann den ja ein bisschen ablenken. Ah, der ist schon am Haus. Okay, ich stehe hinter ihm und das merkt, das weiß er nicht. Turm. Ist der schon ein Prackney? Er ist oben ihm. Schwerfahren, du musst mal da hinballern. Da unten. Einer ist auf dem Turm oben bei dir Sven. Der Charly. Der Charly. Der Charly. Der Pinguin ist da. Mir. Hab ihn. Mir war der Pinguin. Irgendwo da hinten war noch einer. Genau da. Weiter links war auch noch einer. Ja. Mir Stefan. Sven schaut auch in die Richtung. Da. 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 Da ist Sven. Da. Ich muss nicht nach vorne. Sehr schön. Jetzt habt ihr die zwei. Das war der Pinguin, oder? Ja. Jetzt fehlt der Schlimmste von allen. Au, der ist bei mir. Auch da. Ja. Ja. Er hat mich. Er hat mich. Er hat mich. Ja, drüben ist er. Aber nicht so auf dem Laufen. Jetzt der gleiche Aufteilung und einer holt dann mich am besten. Ja. Der holt wahrscheinlich auch gleich beide. Jetzt müsste einer links und einer rechts rumlaufen. Geh mal zurück Stefan. Den Weg zurück. Ich geh hier rüber. Watt, 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 watt. Wo war? Da. Da ist der Pinguin in der Ecke gestorben, gell? Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn auf dem Skok. Die leben wieder. Die leben wieder beide, gell? Nein, der Pinguin liegt noch hier. Nein, der Pinguin liegt noch hier. Halli. Charlie, Halli, Halli. Der Pinguin liegt hier. Der Charlie liegt hinterm, lag hinterm Haus, wo ich war. So schnell da hinkommen. Derじゃない. Der Charlie liegt hier. Der Charlie liegt in der Ökos. Wir haben noch ne Minute Also ich bleib bei der Berndorf'n Pinguin, die wollen den holen Schau mal da rechts in der Ecke, geradeaus, da wo die Tür durchgegangen sind, da ist nix Ja, fast Kutze fix jetzt, lustig So eine Scheiße Afteilen Ja, 15 Sekunden Nicht raufgehen Liegen, nicht raufgehen Sehr schön Sehr schön, wir haben's gewonnen Sehr schön, Bester Unentschieden? Was soll denn das? Ne Ahnung Ist unentschieden, weil der nicht ganz tot war Ne, hab ich erwischt Versteh ich nicht Nehmen wir 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2 Musst ja echt komplett ausrotten Du musst sie auslöschen Ich nehm aber jetzt Soll ich weiterhin Sniper nehmen oder? Ja, halten Dieses rumgerenne da Der Sniper schießt sich weg Wenn du mit der AK da rumballerst Kommst du gar nicht ran Ich hab zuerst mal gecheckt, dass die Figur ziemlich weit drunter ist unter der Markierung Wenn du einen sichtest Nicht weit drunter da, den kannst du gut erkennen Nein, einer läuft Raus, trinken Vieles besser wie COD Übel Jagen Sie die Feinde in der Gegend und schalten Sie aus Hm? Was geht denn eigentlich zu? Dann geh ich links drunter Gebel dazu mal hier Ich gehe dazu zum Turm Ich gehe dazu zum Turm Aber jetzt stell den Turm Das ist das ganze Turm Ich gehe weiter Bis jetzt hab ich noch keinen gesehen am Turm Ich schau mal hier hinter das Haus Vielleicht ist da mal einer Hinter dem Haus ist keiner besetzt. Du kannst dich ja an der Distanz halten, Stefan, oder? Hinter dem Turm, hinter dem Haus bist, an der Distanz. Ja, genau. Oh, zur Hölle wollen Sie hin! Zurück zum Team! Eine Drohne in der Luft. Ja, sofort. Du bist ja gleich markiert dann. Darum tut sich noch nichts bis jetzt. Ah, aufs Haus läuft einer hoch, der Pinguin. Den hab ich im Scope, aber er hat gemerkt, dass er markiert ist. Feindaktivität. Markiere die Position. Mach jetzt meine Automarkierung aus. Feindliche Drohne, aufpassen! Oh, der spielt Drohne jetzt. Fangen wir mal an. Feinddrohne über uns. Der ist weg, der da oben war. Okay, passt. Die wissen nicht, dass ich da bin. Sprich, ich decke jetzt die Stelle, wo er liegt. Mhm. Du versteckst dich, du läufst weiter. Irgendwie sehe ich immer einen. Alles, was wackelt, ist ein Gegner. Ja. Ja, da kommt er schon. Ja, oder? Es kommt schon einer hoch. Genau. Markier dann. Terror. Den treffen wir nicht. Das hinten runter, oder? Nö. Liegt da oben. Oh, scheiße, bei uns. Bei uns. Beim Stefan. Hinterm Haus wahrscheinlich. Da oben. Dass Sven kann gucken. Da oben nicht. Ich weiß, wo er ist. Markier mal die Richtung. Kuh. Ja, genau. Genau vor dem Elisius. Sehr schön. Herrlich. Wunderbar. Distanz. Komm her, du. Headshot. Arme Schali. Oh, der wollte es genau wissen. Hoho. Aua. Headshot. Asshole. Headshot. Ich würde dich gerne online spielen. Das wäre jetzt mal interessant. Hm? Online. Da war ich nahe dir dran. Wahnsinn. Hast du das gehört, wie der da rumgelatscht ist? Ja. Ja. So, das richtig laut. sicherlich doppelt einmal aus das spiel und einmal aus tss wieso ein spiel der lixus rede kommt links oben so ein elixius zeichen mit lautsprecher kann ich das ändern jetzt gar nicht gerade im spiel müssen wir im spiel sein dann geht es wenn wir jetzt da unten wieder anfangen machen wir das gleiche wieder andere richtung ja aber ich gehe trotzdem wieder da hoch warte mal ich lege mir erst einmal hin versteck mich jetzt auch erstmal warte mal ich gehe schnell in einstellungen hin ich sehe meinen avatar auch nicht mehr audio und lautstärke musik muss ich die sprach lautstärke ausstellen oder oder auch mute deaktivieren zoni zieler mal auf mich ja ja siehst du mich mein avatar moment ohne in der luft naja so da musst du schon echt genau hingucken naja ok weil ich sehe ihn gerade nicht deswegen und hier ja hörst du mich an mich jetzt jetzt bin ich schon wieder so laut ja troste hörst du mich wenn du so liegen bleibst sieht man dich nicht Sven ich sehe auch keinen ich habe ich bin im auf dem scope auf den charlie seiner leiche ich hoffe nur dass wir keine wir dürfen aber nicht hier rumlaufen gell Stefan da hast du dir aber Zeit gelassen na klar er schaut doch mal da bewegt sich da einer wo waren waren da wo er markiert ist oder ist das ein Busch da liegt der charlie in der Nähe da liegt der charlie beim turm ich wurde markiert ich wurde markiert markiert von dieser scheiß drohne das ist ja nicht oder da hat sich Kontakt verloren ich stehe genau bei Charlie ich stehe genau bei Charlie ich habe hier auch sicht auf das Haus rechts mit dem Turm drauf rechts gell mit dem Turm drauf ich habe hier auch Sicht auf das Haus rechts setze Drohne ein naja wenn du B machst hast du noch mal ein bisschen zu suchen gell auf dem Sniperfernrohr setze Drohne ab ich glaube dass die unten rechts irgendwo rumlatschen in der richtung ich mache mal die straße so ein bisschen vor eventuell verrät sich einer ohne in der luft das erscheint noch ziemlich weit hinten zu sein der kronen benutzer heißt aber nicht dass der andere nicht in der nähe ist auf die nächste drohne warten oder wie ich habe so übles kantenflimmern hier im zoo aha hier ist was glaube ich noch einer bei mir achtung nicht auf den felsen hoch geradeaus vor mir war der geradeaus vor mir richtung gegner kein ist auf ziel der terror wird bestimmt wieder geholt stefan g unten rechts ich bin auf dem weg dorthin unten rechts ziemlich genau vor mir am unterhalb von diesem vorsprung da der terror geholt wird am lkw vorsichtig am lkw war der terror umgelegt und irgendeiner hinten hat mich umgelegt die einen höher hatte sicht gehabt und wo ist der lkw von der ist hier um die ecke jetzt links bei dir links um die ecke da da ist ja 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 genau das ist der terror der hinter dem haus jetzt ja da ist ja er lädt nach jetzt hier jetzt hier scheiße der umläuft sich achtung noch mal noch mal genau andersrum party bewegt sich der terror ist auch noch da du musst dich beeilen muss sich beeilen sehr schön genau markiert die frage genau der geht es nach charlie ja er geht er geht es nach charlie rechts höre ich was ja im haus oder im haus links ich bin nicht umlegen lassen oder da hinten war er Wieder unentschieden Haha, was ist das? Geil Unentschieden Was ist das Spiel? Was gibt's da jetzt nicht? Wieder unentschieden Uhhh Komm kurz Ich zieg Da es jetzt Richtung Hauskampf geht, nehm ich jetzt mal Ne, ey, okay Oh, die Salmon Die Situation wäre die jetzt besser gewesen, ne? Die Geräuschkulisse ist schon gut, ne? Du kannst schon erahnen, wo derjenige sich bewegt Ja, ja Hm, nehm ich ein AK oder ne? Ja Ach, ist das Nervige Doch, wenn es jetzt wieder ein Unentschieden gibt, dann hören wir auf Ja, das denke ich aber auch, weil so Wir jagen für die Falle der Gegend und schalten sie wieder aus Hier oben Charlin, ich werde wieder mit dem Kumpen kämpfen Da hinten läuft einer Einer läuft Richtung Turm hoch Also, ganz weit hinten Rechts oder links? Äh, von uns aus gesehen rechts, wo ihr seid Okay Das wird Charlie sein Wollen wir langsam Nicht einfach auf Verdacht markieren, bitte Nicht einfach auf Verdacht markieren, bitte Feindliche Drohne, aufpassen Scheiße entdeckt Feind hat Sichtkontakt verloren Wo zur Hölle wollen sie hin? Zurück zum Team Ja Das ist eigentlich die Drohne in der Luft Das ist ein Sturm Und das ist ein Sturm Das kommt keiner mehr raus, oder? Das ist ein Sturm Sturm Da kommt keiner mehr raus, oder? Ah, Kali wieder dahinten Er ist da wo ich, rechts Wo? Von dir aus links Kali, Kali, Zoni, von dir aus links Muss ich nur hingucken, so? Ich geh zum Elixius und holen Nee, nee, schau mal weiter links Weiter, weiter, weiter Dahinten, dahinten, da muss ich sein Kann mich wenn ich hin Die Drohne kam von da oben hoch Oder dahinten Nee, nee, dahinten, dahinten Feindliche Drohne über uns Keine Ahnung wo Irgendwo links vom Turm Von dir aus gesehen Links vom Turm Von dir aus Links vom Turm Wo ist die drin? Das sind die drin Feindliche Drohne, aufpassen Ich weiß nicht wo noch einer ist Meinst du dass beide dort sind? Nee, nur einer, Charlie ist dahinten Nee, nur einer, Charlie ist dahinten Definitiv Ach, die sind aber alle dahinten, irgendwo So Psst Von Felsen flackt keiner Und keiner mehr raus Von Felsen flackt Von Felsen flackt Von Felsen flackt Ich höre hier gar nichts Nur aufs Vögel zwitschern Wollen wir denn da rum? Hier sind garantiert auf Ziel Da bin ich mir ziemlich sicher Da wär nämlich nicht bloß ich bin alle Beine da Scheiße! Unser Feuer! Kommen Sie weg! Da wo... Da wo ich lieg, wo der Stefan lieg Also Zoni, da wo wir liegen, da geradeaus hinter... Da an der Wanne lang, stopp! Da rechts von dir sch... Ich wurde gesichtet! Rechts! Vor dir, vor dir, vor dir! Was läuft denn auch? Die hören das doch! Ich finde den... Wo waren sie jetzt? Ach, in der Zoni ist er gesprintet! Das hören die doch, wenn die da hinten flacken Wir können berghoch, dass ich jemanden finde, aber ich habe es nicht geschafft! Das ist ja traurig Da wieder Zwiebel in dem Kaffee Ciao! So, aber... Doch mal! Jetzt mag ich! Rembo, Rembo Komm, es ist ja... Komm, das war jetzt echt interessant, das war wirklich spannend! Ja, ich möchte ja mal online spielen, dass wir da mal einen Fortschritt haben, vielleicht! Ja! Online wird ja, oder online! Das... ja! Vielleicht auch Feierabend! Nachtsicht, oder? Nachtsicht? Wenn das Fortschritt hat... Können wir einen 4er-Trupp machen! Fortschritt meine ich! Ja! Also ich bin... ich bin dabei! Auch! Ich auch! Zoni auch dabei? Ja! Ja, was denn? Fortschritt! Oder... oder was... wie ist jetzt die Aufteilung hier? Also... dann... machen wir doch zwei 3er und wir spielen online! Ja, zwei 3er? Ja, ich würde gerne einen Online jetzt mehr testen! Ja, weil jetzt alle online spielen wollen! Also ich hätte gerne zwei Frauen beim 3er dabei! Okay, dann bin ich beim Sven schon mal dabei, weil ich habe einen weiblichen Charakter! Ja! Schau, das nenne ich meine Liebeserklärung! Ich würde sagen... Ich meine, wir sind jetzt so eingespielt, wie wir sind! Und wie spielt man jetzt hier, äh, richtig? Äh, wer will denn dann Zoni haben? Ich gebe mal ab! Ja, wieso denn? Ich war doch nicht schlecht! Weil du die ganze Zeit redest, Kollege! Wollen wir die Teams so belassen, wie sie waren, weil wir waren echt ausgeglichen und gut! Hä? Ich dachte, wir spielen jetzt Kampagne! Ja, aber der ganze... Daniel? Äh, ich spiele jetzt keine Kampagne! Aber ich spiele ein Schnellspiel mit den Jungs, mit denen ich eben gespielt habe! Und ihr macht ein Team und spielt auch 4-4! Ja, bin ich auch dafür! Weil die Teams waren echt ausgeglichen! Oder wir machen so weiter, wie wir eben gespielt haben! Das ist mir auch recht! Aber... Ich würde mir ganz gerne jetzt einen Online probieren, ganz ehrlich! Und jetzt Pinguin und den Charly mit! Und ihr nehmt den... Nacklazoni und Alexis mit! Ja, ja, ich... Übrigens! Nackla! Du bist ne Sau! Du bist der Schatten! Ich schwör's dir! Du bist ja wie ein Geist, ey! Ich schwör's dir! Du bist ja nicht! Nacklazoni und ich schwör's dir! Ich schwör's dir! Nacklazoni und ich schwör's dir! Das ist die dringste Technik feindliche drohne in der luft das kreuz rüberfahren die drohne geht aber lange ja 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 krass wo denn ich glaube ich glaube von der höhenturren vom haus spinnst du hast ja lange fahren denn die drohnen hier rum er ist erledigt wenn ihr festgenagelt er ist unten am haus das letzte ja unten am haus ich probiere dass ich den anderen am turm oben wieder retten kann wo waren die hier oben nein hier wollen die irgendwo das hat aber gedauert wenn ihr festgenagelt oder 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 einer oben oder unten stand unten links vorm turm oder nein 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 eigener mann hat es gekillt der vd hat er dann hat er dann ansteht und hat sie oben im tor hört sich wahrscheinlich geh jetzt habe ich mir wurscht ich habe es aber schon ausgestellte wirklich nicht drückst du da dass das geht gar nichts tut es quark trotzdem im spiel ich habe sprache schon ausgestellt was muss ich denn da noch ausmachen wie ist der lautsprecher durchgeschritte ich mag das nicht in-game das ge-ge-eier da dafür haben wir ja die S das will ich ja auch nicht aber ich weiß nicht wie es ausschaltet ich glaube du musst voice over ep bei audio irgendwie deaktivieren mal vergleichen wir dann ich habe sie die feinde der gegend das scheitert sich aus die Die Drohne über uns. Drohne fliegt. Die Drohne fliegt. Achtung. Bei Feind und Sieg. 2 Stunden noch. Ich bin festgenagelt. Er schießt die Drecksau endlich. Scheiße, wir haben Verluste. Feinddrohne über uns. Hab einen erwischt. Der Feind lässt von sich hören. Mist, werde beschossen. Ritz. Verlust. Knack! Knackle ist ziemlich nah, bei mir ist sehr gut. Durch die Wand hier. Ich hatte Beschuss durch die Wand. Feind hat Sichtkontakt verloren. Ich bin beim Elixius. Es kommt ein Gegner. Vor dir, vor dir ist es. Der zurück vor dir. Jetzt ist er bei mir. Da rechts ist er. Da rechts ist er. Tango getroffen. Da kommt, da kommt der nächste. Links. Er läuft durch. Nach unten. Ich hatte hier festgenagelt. Ah, fuck. Warum haben wir das nicht geschafft? Hab ich. Ich hab auch noch Funkte gekriegt dafür. Wo die erstmal vorliegt. Die sind denn beide bei uns? Aufpassen. Oh, shit. Die Drohne hält, ne? Keine Drohne über uns. Ich wurde gesichtet. Keine Drohne über uns. Von Turm, von Turm. Naja. Natürlich bin ich auch noch. Den hab ich eben schon gehabt. Hilfe, Hilfe. Da läuft aber fast keiner mit Sniper rum. Bitte? Bitte? Da laufen wenige mit Sniper rum. Ist das die Lösung? Das glaube ich nicht. Bei mir wäre es das gewesen. Ja, du hast doch. Bei mir ist das was, was du gar nicht geschossen hast. Doch, ich hab geschossen. Ich hab mir ja noch 25 Punkte dafür bekommen. Okay. Der andere Ort. Ich nehme jetzt einfach wieder die AK-47. Ich bin hier ein. Ich bin hier zäxiert. Ich bin hier ein. Der andere Ort. Hier ist es für ein Herz. Die Aktion für die Feinde in der Gegend, das halten sie aus. Die Drohne fliegt. Die Drohne in der Haft. Unter schwerem Feuer! Scheiße, wir haben Verluste! Da hockt einer. Genau da. Ja, dahinter hockt noch einer. Er geht in das Haus. Da unten ist auch noch einer. Schraubenkreuz, schau. Rechts, Sven. 2. Rechts ist auch einer hinterm Haus. Scheiße, du bist im Kreuz. Alter, Wahnsinn. Drei Feuer liegt. Die markieren mit der Drohne oben. Oh je, oh je. Du musst ans Terror denken, Stefan. Die treffen dich trotzdem, wenn du dahinter rennst. Wenn du da auf erhöhte Position gehst, treffen die dich trotzdem. Wenn du das Video schauen, siehst du drei Schussspuren über deinen Kopf hin und her fliehen. Die Drohne machen ganz schön viel Trecker. Du siehst, was da in der Luft ist, wenn da eine Drohne zerschossen wird. Wenn da eine Drohne zerschossen wird. Fuck. 186 Meter. Sehr schön. Die konzentrieren sich eher auf den Berg oben. Die sind zapsig markiert. Rechts, äh, hinter dem Felsen kommt gleich einer raus. Vor dir genau. Müsste ja irgendwo sein. Ja, ja. Boah, wie der mich jetzt zählert. Aber gut. Schnellfeuer, Gewehr gehabt. Ja, ja. Einer der Monitor glüht heute. Warum? Ja, weil die sich jetzt nur mit die mich eingeschaut haben. Ja, leck mich, ey. Wenn du da aufgestanden bist und hinten auf den erhöhten Bereich, dann hast du drei, vier Schussspuren über dich rüber. Boah. Mhm. Ein Volllaufziel. Doch wieder Snipern. Oder noch ein bisschen, wenn du da mehrfach drücken musst, dass du sie wegkriegst. Wenn du hier um die Ecke rumkann, dann kriegst du einen schlechten. Wie ist das Ding verlässt? Wie ist das Ding verlässt? Ja. Wie ist das Ding verlässt, quasi die Arena? Ja. Jagen wir die Feinde in der Gegend, sonst scheiß ich sie aus. Starte Drohne! Aber schön, ne? Feindliche Drohne, aufpassen! Der Feind lässt von sich hören. Granate! Auf der Straße! Setze Drohne ein! Granate fliegt, wir sehen uns in der Höhle! Feindliche Drohne in der Luft! Achtung! Ein Feind ist los! Feindliche Drohne, aufpassen! Die Drohne, aufpassen! Die Drohne, aufpassen! Die Drohne, aufpassen! Die Drohne, aufpassen! Ah, Scheiße, warum zieht mich nicht mehr an? Wo sind die im Haus? Ja, ich lieg nicht im Haus. Der Gegner ist hinterm Haus. Oder im Haus. Ja, der hat mich. Ja, der hat mich. Doofa Drohne. Shit, die Nagel nicht fest. Beim Turm oben ist ein Sniper. Der auf den Turm. Beim Turm hinten. Sie haben mich festgesetzt. Kehre die Position. Ich helf dir. Helft. Oh, ich werde gerettet. Huh. Oh, schein zu Besuch. Freu dich, bloß nicht zu früh. Flach das Licht gleich nicht groß. Scheiße, der hat gewartet. Sprachjetmodus deaktiviert. Jetzt habe ich es klappt. Ja, genau. Humus hat genau gewartet, dass ich da hinkomme und dir helf. Scheiße. Lalalalalala. Jetzt geht's. Yeah. Ist doch nervig, oder? Wenn das doppelt ist. Wenn alles auf dem Turm kommt. Wenn sie vier gegen eins spielen, dann ist das todsicher. Jetzt rennen sie weg von der Arena. Hm. 1, 1, 3, 3, 4. Stufe 2. Juhu. Man. Neben da, dass ein Horst seine Migration läuft. ich kann jetzt schon klassen freischalten hatte gesehen ja athletischer sprinter ruhige hand 2 mein gott was bist du denn für ein stufe ich kann jetzt das sturm nehmen der quatsch oben rechts zwei neue mitteilungen ist da so ein blödsinn oder da steht ja da habe ich mir auch gedacht das ist total bescheuert endlos e-mail oder was das sein soll wenn du da drauf drückst denkst du schon so nach dem dritten mal was ist das für ein quatsch steht da 99 scharfschützen wählen gegen stufe 20 stufe 11 stufe 17 hey wieso kannst du was auswählen denn da habe ich mich frei geschleulter die jagd für den feind in der Gegend dann streiten sie aus schupe 2 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 Okay, da darfst du nicht hoch auf den Gegner. Ich hoffe ja, dass einer kommt. Hallo? Achtung, beim Feind tut sich was. Jetzt stehen du, Kunz. Scheiße, unter Feuer komm nicht weg! Ich verliere die Position. Feind hat sich am Tag verloren. Entfange Signal vom Aufklärungsturm. Er ist fast aktiv. Aus der Richtung. Na da, ja. Hinten Händen links war das Bescheid. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Tschau. Ist mir jetzt egal. Eins gegen vier ist ganz vergessen. Ja. Vor allem, wir haben eine Aufklärung zu tun. Wir haben uns genau gewusst, wo ich bin. Krone fährt doch so lange da. Irgendwie. Ja, die sind schon von den Stufen her weiter. Eine neue Benachrichtigung. Das will ich nicht. Ich drücke da nicht mehr. Ich klotze das auch nicht mehr an. Das ist ein Scheiß. Er erinnert sogar WLAN da unten. Okay, Wolf. Na ja, ich habe zumindest ein Headdy gemacht. Das war schön. Ich habe einen gesehen, aber der ist dann in Deckung gelaufen. Da habe ich nicht mehr erwischt. Karten. Oh, ja. Na ja, es ist mir zu blöd hier zu warten. Schon geht es weiter, oder? Hm. Das dauert schon lange mit der Laderei hier. als wenn der Jesus mal die ganze Map laden würde Ja, als das Spiel in Level 1 und Level 2 gegeneinander Das ist gut Ja, gegen Level 11, Level 20 Ich hab jetzt gar keine Bestätigung hier, hä? Achso Schon Lebenspunkte und Munition, deswegen hast du auch dieses Kreuz da neben den Patronen Ich werde dich auf, auf, äh, Munitionieren und helfen Grün ist wieder Funktorn, wahrscheinlich, oder? Mhm Hol ich mir jetzt Jagen Sie die Feinde in der Gegend, sonst schreit es sich ja aus ... ... ... ... ... hör auf mit dem markieren bitte er weiß immer nervt weil es ablenkt zum sport ist er doch nicht hat der mich gesehen ein blendgranate da haben wir noch alter nein granate und An den Bergen, an den Ecken. So, für dich ja einer links. Ich bin schräg am Berg. Ich bin schräg am Berg. Ich bin schräg am Berg. Der ist da oben auf dem Berg. Das ist echt schwer, Mann. Alte 4, der Tag gehört dir. Bei dem Spiel aber echt so, da musst du erst mal ein bisschen üben. Du weißt ja gar nicht so richtig die Position, kennst die Maps nicht, dann läufst du direkt rein. Also, Gute Nacht, Jungs. Ja, Gute Nacht. Ich bin da direkt in die Arme gelaufen. Oh, ich werd's auch aufhören. Müde. Bitte geht's halt. Aber schon.